Parashvara Siddhasana ist eine Übung zur Entwicklung der seitlichen Flexibilität. Es gibt verschiedene Variationen. Zuerst komme zu Siddhasana, eine Ferse unter Perineum und die andere Ferse vorne am Schambein. Jetzt kannst du zum Beispiel rechten Arm heben zum Ohr und dann beim Ausatmen nach links gehen. Du kannst aber entweder die linke Hand halten wie normal oder du kannst auch die linke Hand auf den Boden geben und etwas abstützen. Die andere Möglichkeit wäre, falte die Hände oberhalb des Kopfes und du kannst jetzt auf der anderen Seite das probieren und beim Ausatmen komme nach links bzw. nach rechts und spüre die Dehnung der linken Seite. Das sind Parashvara Siddhasana Variationen, also die Siddhasana zur Seite hingebeugt. Das kann man auch im Wechsel machen. Einatmen zur Mitte, Ausatmen zur Seite, Einatmen zur Mitte und Ausatmen zur Seite. Manche Menschen empfinden dieses Parashvara Siddhasana gerade in der dynamischen Variation hilfreich vor oder einer Meditationssitzung oder zwischen zwei Meditationssitzungen oder auch zwischen Kapalabhati und Wechselatmung.